einen wunderschönen guten morgen hier ihr habt gestern in kommentarungen geschrieben ihr wollt sehen wieso unser lkw vollgeladen aussieht das ist ungefähr so sieht es aus plus der lkw selber warte mal ich drehe mal die kamera um wir versuchen halt immer nicht überladen zu fahren sagen wir mal so so dass es ordentlich aussieht die füße und alles aber so sieht ungefähr unser lkw aus gehen jetzt aufbauen gehen jetzt aufbauen der große mann mein sohnemann der praktikant ist heute auch dabei und hier an die hater nochmal wie könnt ihr das machen an die frische fassade gerüst anstellen erstens wird ab und zu wissen wir was wir machen nicht immer aber ab und zu wissen wir es jungs so blöd sind wir nicht wir haben leute dabei die sind über 30 jahre in der firma seit die firma existiert 32 jahre glaube ich schon mittlerweile gelernte grüßbauer haben wir dabei wir haben auch leute die frühe als maler gearbeitet haben die wissen auch was sie machen versteht ihr es ist ja nicht so dass wir jemanden die fassade kaputt machen oder weiß dass ich was rechtfertigen muss ich mich nicht auf jeden fall wir sind nicht blöd ich bin selber jetzt über zwölf jahre ich sag mal zwölf jahre dabei mit pausen allem drum und dran von daher das kann man sagen wenn ich meinen sohn raus schicke und sagt hier bau mal ab und der stellt es an die fassade und nicht mal er ist so blöd und stelle so an die fassade dass du sie verkratzt oder sonst irgendwas von daher ach so ja geile playlist habt ihr da war einer oder gestern hf gerüstbau irgend sowas denke ich mal wenn ich mich richtig erinnere weil ich habe gestern voll spät die nachrichten gelesen war müde geile playlist auf jeden fall muss man sich reinziehen reinziehen dann was haben wir noch gestern dings und besprochen r2 d2 hat irgendein kommentar geschrieben den habe ich aber geantwortet glaube ich ah ja hier ich hab's doch man mit dem wie heißt es bei euch also wir nennen es durchstieg durchgangstafel genau aus stahl den scheiß haben wir auch da warte mal da liegt das gute stück ich habe es einmal aufgebaut nie wieder das ding hoch zu pumpen da bist du ja kaputt nach nach einem durchstieg alle ich wünsche euch was ihm macht's gut und schön arbeitstag